Herr Linde Steinbach, Gesundheitsförderung in der Pflege, ein Fakultas-Hörbuch, gelesen von Markus Hamele. Vorbemerkung. Gesundheitsförderung als Konzept ist in letzter Zeit immer stärker in das Bewusstsein vorgedrungen. Als solches hat sie zunächst die Theorielandschaft verändert und bewegt nunmehr die Praxis. Nicht nur die Theorie und Praxis der Expertenwelt, sondern auch und gerade die Alltagswelt der Laien. Eine durchaus gewollte Entwicklung, denn Gesundheitsförderung richtet sich ganz bewusst an alle, die Angehörigen der Gesundheitsberufe in ihrem beruflichen Umfeld ebenso wie Menschen in ihrem Alltag. Dieses Buch möchte die Verbindung zwischen Experten und Laien stärken, indem es das Thema leicht fasslich aufbereitet. Es richtet sich an Gesundheitsberufe und soll ihnen gesundheitsförderliche Ansätze bewusst machen, sowohl zur Weitergabe an Patientinnen und Patienten bzw. Klientinnen und Klienten als auch für den täglichen Berufsalltag. Die Zielsetzung der WHO lautet, dass Gesundheitsförderung in die Köpfe der Menschen Einzug halten soll. Genau dazu soll dieses Buch dienen. Das darüber hinausweisende Ziel ist letztlich Gesundheit für alle. Natürlich finden theoretische Konzepte Erwähnung allerdings nur als Grundlage. Die Anwendbarkeit und Anwendung in den jeweils konkreten lebensweltlichen Umständen, beruflich oder im Alltag, steht im Fokus. Daher wurden vor allem jene Themen und Aspekte herausgegriffen bzw. betont, die nach Ansicht der Autorin Bezug zu diesen Lebenswelten haben und ohne großen Aufwand umsetzbar bzw. lebbar sind. Dieser Wunsch wird durch konkrete Tipps unterstrichen, die es den Handelnden erleichtern sollen, einen gesundheitsförderlichen Weg zu beschreiten. Die Handelnden erleichtern sollen, was die Menschen einflussetze, Das ist die Handelnden erleichtern soll, die in den Haus einfluss werden soll. Die Anne Leitungsministerin erleichtern sollen, die in den Ausfluss waren, die in den Ausfluss auf eine große Bezugte der Zeit widersteckt werden sollen. Vielen Dank.